Musik Wir haben uns nochmal ein ganz besonderes Muli vom Stand der kompakten Lassenrad-Spezialisten besorgt. Und zwar seht ihr schon hier eine große schwarze Box, die hier vorne auf das Muli gespannt worden ist. Das natürlich nochmal jede Menge Platz, wetterdicht natürlich, verspricht. Wurde allerdings, das muss man sagen, von Muli selber nicht entwickelt, sondern kommt von dem Lassenrad-Zubehör-Spezialisten Convoy Products, die diese wirklich schöne, ich vermute mal, Aluminium-Box hier produziert haben. Die lässt sich mit einem elektronischen Chip öffnen, dann wird das Smooth ausgebaut und gibt natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten, die ist jetzt hier das Muli auch vielleicht für den gewerblichen Einsatz zu nutzen und macht alles allen wirklich einen sehr schicken Eindruck. Aktuell befindet sich das hier wohl noch in der Prototypen-Phase, also ist noch nicht ganz raus, ob es das wirklich für das Muli irgendwann als Zubehör geben wird. Wir finden aber absolut hochwertiges Gerät, macht absolut Sinn und vielleicht könnt ihr uns ja in den Kommentaren auch schreiben, ob ihr denkt, ja, das brauche ich, ich habe einen Muli, darauf habe ich schon gewartet. Das ist vielleicht ein Zeichen an die Kollegen aus Köln, das weiter zu verfolgen, macht auf jeden Fall unserer Meinung auf jeden Fall sehr viel Sinn. Zur Ergänzung zu dem anderen Zubehör, was es schon gibt für den Korb, den Regenschutz, die Wetterschutzhaube, den Kindersitz wäre das natürlich nochmal eine super Ergänzung zu dem Sortiment. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like da, kommentiert eure Fragen, was ihr davon haltet, findet es gut, habt ihr vielleicht irgendeine Message, die ihr Muli hinterlassen wollt, ansonsten abonniert unseren Kanal. Viel Spaß mit euren Fahrrädern und wir sehen uns demnächst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.